Im Juni werde ich als GPK-Präsident zurücktreten, nachdem ich acht Jahre dabei war. Es war eine sehr gute Zeit für mich, weil ich mich vertieft mit den Aufgaben des katholischen Konfessionsteils auseinandersetzen konnte. Es war auch eine gute Zeit, weil ich sehr viele Begegnungen gehabt habe mit Leuten, sei es auf der Administration oder im ganzen Kanton mit einzelnen Pfarreien, mit Seelsorger, mit Mesmer usw. Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge und bin froh, dass wir auch einen Nachfolger gefunden haben für mich in der GPK. Ich wünsche allen in der GPK weiterhin gute Arbeit.